Otter Fischotter Tiere einem ins Natur Selzang Genzi Selzang Genzi Altor de Selzang Genzi Der Fischotter, Lutra Lutra, ist ein an das Wasserleben angepasster Marder und zählt zu den besten Schwimmern unter den Landrautieren. Er kommt in fast ganz Europa vor und wird ein schließlich Schwanz etwa 130 cm lang. Eine eindeutigere Bezeichnung für diese Art ist eurasischer Fischotter, da es in der Gruppe der Otter noch weitere Arten gibt, die Fischotter heißen, beispielsweise den indischen oder die amerikanischen Fischotter. Der Fischotter hat eine Kopfrundflänge von bis zu 90 cm, hinzukommend 40 cm Schwanz. Der im Querschnitt rückliche und muskulose Schwanz ist der längste Schwanz innerhalb der Familie der Marder. Er dient dem Fischotter als steuer- und stabilisieren sogar. Fischotter haben eine Schulterhöhe von etwa 25 bis 30 cm. Ausgewachsene Fischotter können ein Körpergewicht bis zu 12 kg erreichen. Im Schnitt wiegen die Weibchen etwa 7,4 und Männchen 10,5 kg. Der Körper ist gestreckt und walzenförmig und die Beine sind kurz. Der Kopf ist rödlich und stumpf schnauzig, und an der Schnauze befinden sich lange Testhaare, die ein wichtiges Sinnesorgan in Trübenwasser darstellen.